es ist mannete was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von counter strike low offensive mit mir in der jobbox in die spielerrunde matchmaking auf inferno beginnend auf der city side natürlich weil ich ja die übelste b-decker bin und ihr habt schon gesehen ich habe das x-knife natürlich nicht nur das normale jule fingern auf jeden fall als kurznotiz hier gleich dran geschrieben nee sowas natürlich nicht und zwar habe ich bei einem jackpot gewonnen luckigerweise das zweite mal reingegangen mit zwei euro und habe dann unter anderem die usb hier bekommen und unter anderem das knife und noch viele andere skins die ich jetzt im laufe des spiels noch spielen werde zum beispiel eine jaguar stat 40 euro und so also insgesamt 200 euro auf jeden fall die kleinen sache habe ich schon wieder verdattelt und ja mal gucken wie das mit den anderen zu sein wird eben doch sehr gut und ja dass wir uns einfach mal drauf zu und gucken was wir so machen können vielleicht gibt es auch nicht mal den dg abrankt wir will es nicht während sehen deswegen gut lange fahren und auf geht's ich gehe b ok hat es schon da okay das gehen die beiden b ich gehe a und vielleicht können wir ja ein paar holen du bist nice ok ist hier funktioniert schon mal alles soweit so gut ich glaube die hunde werden wir sowieso stehen oder vielleicht hören wir ein bisschen was ja ok ja ok go go ich werfe nicht die flash weil ich kann ja schon durchgepusht sein und als ob der schon ruins durchgepusht ist laber ok gut haben wir das mal safe geholt ähm safe was bitte genau und ab geht's in die mp round genau die poison dart hier habe ich auch gewonnen sieht sogar relativ nice ich wusste gar nicht dass das skin so nice aussieht und ja aber ich muss sagen mir gefällt das knife sehr gut also vom skin her natürlich nicht so übelst krass ist übrigens im weg aber diese animation die feiert du bist hart vielleicht kann ich ein bisschen was traden oder die habe ich vielleicht interesse irgendwas zu traden ähm dann könnt ihr euch mal melden nein 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 what the fuck von wo denn jetzt bitte ach von hinten ist klar aber wenigstens mal easy wenigstens mal easy so jetzt mach ich mir mal ein bisschen bequem hier jetzt mach ich mir mal ein bisschen bequem und wo kaufen wir eigentlich nicht richtig ich werde nochmal die medimyo kaufen die ich übrigens auch gewonnen habe und gleich mal genutzt habe denn nach den m4 ist mir verbrauchungsweise meine atomic eol verdattet ähm yolo und deswegen werde ich jetzt auch mal die m4 nutzen und denke ich das auch partners renne falls die da übelst krass pushen bin ich schon mal am start lol lol nice easy peasy lemon squeezy also das heißt nach dem nerf es ist jetzt ach ich weiß nicht eigentlich naja so guck mal so viel hab ich auch noch nicht gespielt mit der m4 bis jetzt ist er eigentlich ganz ok die macht halt ne menge damage und das finde ich halt ähm nicht gut so an sich mit dem damage ich würde sagen ich würde sagen gibt es erstmal eine deftige smoke ok komm back komm back komm back ich denke mal die machen jetzt nicht gleich den Todesfluch durch Mitte hm CTZ anzufangen ist eigentlich ziemlich geil wenn man da bisschen was vorlegen kann ok ok ja gut oder schaffen die das da mit dem wenn ich das hier nochmal schieben ich will sie nochmal schieben mit dem flaschpein mit dem flaschpein mit dem flaschpein mit dem als ob wir niemand da laden decken sind die blöd mit dem der der zu in der auf äh nach ca nach 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 Was ist das? Es ist nicht mehr hier. Wtf? Ich habe gesehen von ICI. Ich weiß nicht, wo ist. AFK vielleicht? Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Banan? Da? Ich weiß nicht, dass er bei ICI ist. Ich weiß nicht, dass er bei ICI ist. Vielleicht ist er bei ICI. Easy. Hat er doch gesaved. Ich wusste, dass er saaved. Und auf geht's. So, ich glaube, ich hol mir jetzt mal Ich hol mir jetzt mal ganz risky, wie die AWP. Wie ich übrigens auch gewonnen habe. Nur noch, dass es gezielt ich gewinne. Ähm, ja, die die Buben kann ich jetzt richtig krass verzichten. Mann, ich finde die überhaupt übelst nicht schick. Na, das war natürlich geil. Aber gut. Erstmal 200 Euro gewinnen, würde ich sagen. Ja, das ist gut. Ich hab' den Ball. Ich hab' den Ball. Ja, genau. Kein Bock hier, irgendwas mit zu fangen. Ich hab' den Ball. Das könnte sein, dass ich nochmal einen krasen B-Push jetzt machen. Oder mich halt hier übelst. Leute. Na ja, doch nicht. Ist klar. Warte, komm doch. Warte, komm doch. Warte, komm doch. So, ich bin Ball. Jo, wahrscheinlich. Nein! Warte, fack. Als ob ich den nicht getroffen hab' man, laber mich doch nicht. Ach, den klatscht er noch. LOL! Alles klar, der weist aus, der macht Matrix-Move. Der macht den unzersteuerlichen Matrix-Move. Und auf, geht's in die erste Safe-Runde. Ich hab' den nicht getroffen. Puh. Da zieht den kein Schwein. Safe. Oh, der macht jetzt einen krassen No-Scope von oben. Dann war's das. Absolut war's das dann für den. Er wechselt erstmal. Seriös für Tech Nein. Wird jetzt ihn jetzt noch wegmachen. Ja, und da war's das. Wahrscheinlich auch mit meiner MP-A-Kir. Mach's den X erst mal Bernd. Mach's den X Bernd. So, und das wird unsere erste IQ sein, oder? Maybe Drop. Sechs. Und da ist die Alt-Pirma-Geol. Wollen wir mal sehen, was wir damit reißen können. Okay. Do you have flash? Ja, da kommen wir nicht mehr flash. Mhm. So, da gibt's noch mal. Nice. Okay. Guck ich noch mal in die Mitte. Deploying flashbine. Was da so geht. Ja, als ob. Ich glaub's doch auch. Da gab's ja den Insta. Lass mal jetzt nicht die Runde verlieren, man. Der hat gespart. Hallo. HB-Ding ist halt voll easy, man. Ich geh mal ein bisschen mehr Def-By-A wahrscheinlich. Das ist dann etwas besser. Better! Lila-Pusht wie ein Bekloppter. Und los geht's ab in die Mitte rein. Da war die Ob. Lol, er hat halt echt gegen zwei Mann. Mit der Ob. Loll. Easy Kapka, easy. Als ob die so low waren, man. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Und auf geht's. Ah, who want up? Me. Me. Gib me. I will look mid. Okay. Gibt's die seriöse, ähm, seriöse mid-flash? Let's have attack meats. Ah, so was. Nebel tonadau A's? Mochna? Ne. Ne. Jo, wassne von mit tam irren, wassne... Wuh, na, jo. Wisch, vada. Und mit tam irren, wuh, jednu, um eh, ho, a- Ich glaub, die Puschen übelst hot jetzt. Ich war rade, es präisch, und dann... Ich mach auch immer slow, also. Ja? Ja? Ja, ja. Ich glaub, die sind da wohl plnä v pohde. Mhm. Nice. Die by to vierašenávali, tak ja, řekň ja. Ja. Ich mach mal ein Ač, Puschen, na to. Oh, fuck. Da ziehen wir uns nochmal zurück. Nein. Alle not tak. Und vi hab etsch, vi hab etsch, harte. Äh. Sehr recht zu star, ey. Als ob... Nice. Und gegen allen. Bomb has been planted. It's me, it's me. What? I think a parts. It's up. I think a parts. Fuck. Fuck. Nein. Nein. Nein, geh bei den scheiß Insta-Mann. Oh, man. Warum hab ich den AWP-Schiss nicht vor uns getroffen? Oh, nee. Fuck, alter, erst mal gucken, wie knapp ich dann vorbei gewesen bin. Was machen wir? Was machen wir? Force by. Ah, ist klar. Oder? Ja. Ja. Ich würd sagen, da gibts die P90. Ich würd sagen, da gibts die P90. Na, ecker, ecker. Die ich auch gewonnen hab, MW. Ich wollt unbedingt die Modul. Was heißt, ich wollt unbedingt, ich hab die unbedingt gewonnen. Absolut gewonnen. Ja, okay, okay, okay. Vielleicht gammelt hier noch einer rum. Ich glaub, hier gammelt keiner mehr. Ja, genau. Oh, wie kann man so assi sein und da warten? Ey, meine Fresse. Das kann ja nicht wahr sein. Kein Mensch warte so. Ja, er macht's natürlich. Ja, er macht's natürlich. Und da holen wir die Echo. Oder die, zumindest die Force bei Echo, oder was auch immer das grad war. Das, ähm, Mid-Buy. Man nennt's mal Mid-Buy. Na gut, dann mach's demnächst halt, ne, wenn die so übelst krass. Der hat auch schon die Servermittel, deshalb der übelste Pro, der hat wahrscheinlich die 5.000 Stunden safe. Okay. Die haben wir noch weniger Geld? WTF? Okay, jetzt komm. Jetzt komm ich mir da jetzt mal... Ich komm mit ihm mal. Und zu gucken, wie ich sie damit playe, hab ich auch... Hab ich die gezogen? Ne, die hab ich gewonnen. Genau, wenn mein Kurs von Nigg noch nicht gesehen hat, das war letzte Woche Sonntag. Find ich auch nicht so schlecht, obwohl ich da nicht so diese... Minimalware Sachen verstehen kann. Oh, das wird sowas von ein Akku. Man tut durch. Wuhll noch mal in den Augen. Man tut euch das, ja? Ja, da sind wir nicht so schlecht. Ich werde nicht mehr auf den Augen von N ehemalisch. Mmmm, das ist schon mal auf den Augen von Nettoyen. Ich werde nicht mehr auf den Augen von Nettoyen. D Indeed, die ist schon mal auf den Augen von Nettoyen. Ja, die sind wir da? Den Augen von Nettoyen mit. Woher haben wir einen Gewehrverkehr? Das ist kaputt. What the hell? Nein! Scheiße! Fuck! Könnt ich nichts machen? Komm aufs vorbei! Komm aufs vorbei! Könnt ich nichts machen? Mensch! Oh nein! Das geht an T-Lead richtig ab, man. Wird ein Easy-Win! Wird ein Easy-Win! Machst du nix? Guck nicht nochmal raus, bitte. Oh, ein Glück, Alter. Wenn der Zug stohlen wäre, das wäre richtig müß geworden. Anfangs haben wir schon wieder alle kein Geld, Mann. Keiner hat hier Kohle. Keiner hat Kohle. Niemand. Ach, der hat das Tiger Tooth, alles klar. Kann man mal machen. Und es wird die Pistol-Eco. Mit den schönen NVR-Stickern, Mann. Der sieht richtig geil so. Ich finde, das ist richtig geil so, Mann. Hab ich nicht gewonnen, euch selber. Kauft schon. Ein paar Cent. Ich wollte gerade sagen, Mann. WTF? 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 Was? Nein. Bitte. Gegen zwei, Alter. Na gut, er safes. Ja, das ist besser, Mann. Wieder rund abgegeben. Denk nein. Wie kann man da noch in die Beine schießen, Mann? Oh, ich versteh's nicht. Ach so. Ach so. Okay. Alles klar. Kann man mal machen. Kann man mal machen, ne? Und wir können kaufen. Auf geht's. Was kaufen wir denn? Ich weiß nicht. Wir bezahlen. Teuer. Und los geht's. Warte mal mal. Gib mir Backup und mit. Backup und mit, please. Du bist mit der, aber ich weiß schon mal. Haha. Bitch. Ich glaub, hier pusht einer gleich durch. Da wird's verrecken. Okay, und es wird, es wird B, es wird B, es wird B, es wird B. Ich glaub, hier pusht einer gleich durch. Komm, komm. Komm, komm. Ich bin ein Mashi. Ich bin ein Mashi. Eine Banane. Und eine Ruins, ich denke. Ich nehme. Den füßen, den füßen. Synens. 10 Sekunden Es ist keine Zeit, keine Zeit Ah f**k Kein Geld für die... WTF Und es wird wieder die Poison Dart Bei defuse, kid We need to be quicker, what the f**k Wie denn soll ich zaubern, du Idiot Scheißidiot Und da ist die Waffe Na also, na jetzt nur hoch mit dir Auf und vorwärts Auf und vorwärts Ja, klar Hey, 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 hey Hey, hey, hey Decoys out Grenade out Shoot that object Oh, will ich mich mal nicht sehen, alter Oh schon, motherfucker Oh, fucker Hello, go plant Bomb has been planted Okay Hello, rotak One mate On the left Let's try to kill someone Hehehe What the f**k, alter Als ob wir da... Das hätte aber auch ein bisschen krasses Time lag, oder? Ah, so'n Scheißrater, so'n Scheißrater So'n Scheißrater Ja, ich peek jetzt wieder ein Und auf geht's Und Mitte peeken Und los jetzt hier Vorwärts Ohne Wellen, aber Die führen nämlich Ja, ja Es ist lachhaft Ja, ich hab's da in den Fuß gesehen Ich hätte in den Fuß geschossen Das wär dann gewesen Was zum f**k wär dann gewesen? Richtig Er wäre nicht tot gewesen, Mann Oh, wir gegen die größten Spasten müssen wir hier wieder spielen Er ist ja der Wahnsinn, Mann So'n absoluter kranker Scheiß, Mann Ja, ja, 600 Stunden, du mich da auch, Mann Du mich da auch Spasti, Alter Richtig 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 Spasti, Mann Hast mir die ganzen Profile jetzt hier ausgecheckt, Mann Gecheckt! Achso, ja, klar Private Profil Alles klar Oho Komm, Alter, bitte, 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 bitte Joa 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 Jaa Jaa Und los geht's Jaa Das Steiger-Tuf, Mann Das kann ja nicht wahr sein Das kann ja nicht wahr sein Long, Long, John Auf jeden Fall Und auf geht's In den Ausknöch okay, aber auch nur durchgängig Urgeighor Okay, ich geh jetzt mal Ich geh jetzt mal B Ich geh jetzt mal B I go B now Ich habe keine Lust mehr auf A, ich sterbe ständig auf A Weil ich ein übelst krasser B-Tagler bin, also bin ich behindert. Flash B. Ja, B-Steps, jetzt B. Faster, dudes. Die Smoked. Die Flasht. Die Flasht ein weiterer. Okay, ich gehe A. Ich bin jetzt da. Nee, 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 nee. Sehr heiß. Oh, eine schöne... Eine schöne Hyper-Best hier. Damit gucke ich doch jetzt mal direkt Banane rein. Ich will B, eine weitere Mal. Oh, die Zeugs kostet 200, was ist da los? Hat die Zeugs nicht einmal 100 gekostet? Okay, okay. Was ist das Nikonazzo? Was eigentlich für eine... Ach so, das ist Chesh wahrscheinlich, ja. Flash B. Deploying Flash B. Flash B. Flash B. Äh, 2nd mit Steps. Nee, nee. Nicht mit mir. Ich schließlich habe ich die blind. Ich schaffte es, aber ich habe nichts zuver armas. Ich verstehe mich mit mir. Ich schaffte sie mich mal super. Das ist nicht so, wie schon. Es ist kein Problem. Es ist das nicht so, wie schon passiert. Ich schaffte sie mich. Ich schaffte sie mich. Ich schaffte sie mich. Ich glaube, er ist ein Panzer. Endlich, Mann! Drei Schüsse! Drei fucking Schüsse! Und auf den ersten Kader-Build Yacht. Das kann ja nicht wahr sein. Auf geht's, in die T-Seite. Ich würde sagen, der Anamer hat den Kader gerade ein bisschen. Das ist echt Wahnsinn. Okay. Ah, der hat übrigens auch gewonnen. Okay. Rush E, oder? Ja, ich gehe A, Q, A. Ja. Okay. Someone beat, someone second beat. Okay, go walk. But, was it for? Attivate. Nice, super. Nee. Also, ich habe den Kader-Build Yacht. Ich habe die Runde ein bisschen gecarriert, Mann. Auf geht's. Okay. Und da ist die schöne Acre-Revenge drinne. Habe ich mir übrigens auch geholt. Ich könnte jetzt auch noch die Jaguar-Stat ausrüsten, aber die gefällt mir nicht so krass wie die, die ich übrigens einsatz erprobt. GG, oder? Sieht voll geil aus. Habt ihr auch erst mal das ausgerüstet zum Spielen und so? Ähm, ja. B? Ähm, go rush B, guys. Okay, they are, they rush, uh, two. Nein! Ich glaube, dass ich den gefangen habe, das kann ja nicht wahr sein. Low, low HP, low HP. Ah, what the fuck. Go go A one more time, come on. Go go A one more time, come on. Go go A one more time. I will smoke mid. Let's go A. Okay. Auf- 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 Close, Igo. Forward! Ich habe die A-Smoke jetzt nicht mehr so drinnen. Ich glaube, es muss reichen. Die A-Smoke jetzt nicht mehr so drinnen. Ich habe diese A-Smoke jetzt mal drinnen. Ich weiß, es muss reichen. Aber dann weiß ich, ich hab ausgerüstet. Mann in Schroffel. Ich muss mit tiefenbärst, oder? Ich muss mit tiefenbärst. Ich habe die Eid. Okay, ich habe die Wind. 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 Oh okay. Ah, fuck! LOL! Mate erledigt! Schwierig Gold, egal, wir können's wieder kaufen auf jeden Fall. Müssen wieder kaufen, man. Los, jetzt los! Okay. Forspile, Forspile! LOL, ich hab ge- LOL, wo sind meine ganzen... TG-Skins? Okay, add on care. Rushpie, Rushpie, come on, come on! Don't stop, please, Rush, only, only Rush. Throw in a flood bag! Go, 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 go! Nice! Someone can flash! Go, go, go! Go, go, go! Er hat sich Bullets gefangen, Spur. Nice, go! Oh mein Gott, da sind 3 A! Shit! Und die Bombe blenden! Und da war die Runde! Ich hab die Bombe! Die Bombe blenden! Ich hab die Bombe blenden! David säfer! He will säfer! Let's go Banana! I think he will stay city! Let's go Banana back! And save our weapons! Und die Bombe blenden! Hey, der Asimov ist sehr verwendet. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Gut, danke. Na, das ist sehr großartig. Ich kann den Asimov nicht verwendet. Jetzt bin ich dir kurz. Nein, das ist 22 Euro. Nein, das ist nicht B. 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 Und auf geht's. In die Trittrunde. Ähm. Ah, ich hab eigentlich okay. Ja, lass mal sparen. I will smoke B. Äh, A mid. A mid. And then you can go A. No, mate. Let's go. Okay, no smoke. You will peek, okay? I will smoke B. Smoke! Granit! Get down! Ich hab noch nicht mit dem Schiffstruck. I am throwing smoke! I am throwing a plasma! I am throwing a plasma! I am throwing a plasma! Okay, go, go! Orange! LOL! Aha! Oh fuck! Nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Unspot! I think! Throw in smoke! Nein! Warum holt ihr denn jetzt alle? HONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! Du hey! Wir haben dich, ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ja, was geht denn mit der P... Ja! Bitte! Oh Gott! Bitte jetzt! Konzentrier dich! Nein! Oh man! Ey, warum wird die Scheiße immer so knapp? Ich schlöch! Klatsch gleich irgend den hier! Kann ja nicht wahr sein, Mann! A, noch mal 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 äh ich schwöre er war er war full blind full er war richtig full er war richtig full dieser typ da er war richtig er war richtig full leute ihr habt's gesehen er war richtig full oder sowas und will ich gar nicht durchgehen lassen auf geht's er war einfach full mann das kann nicht sein aber aber richtig ich hab ihn doch geflächelt Todes aber er bin ich direkt gegangen ich hab nicht gewartet er muss voll gewesen dann richtig voll und dann schießt er einfach er ist nicht gegen sich ist recht er schießt einfach der wohnen es ist der kranke wahnsinn jetzt heute mal die runde wo eben sind du hin jawohl schon wieder nur und abgeben oder das liebe ich doch hmmmm jaa da du bräilu ane du du bschitkotit skr see mir ist ja wlau force by MP and push B WTF bye molotow, bye molotow guys bye molotow and mollo the sniper spot, mollo the sniper spot mollo the sniper spot ok mollo sniper spot Ich puste jetzt durch wie ein kranker Ja natürlich natürlich bei mir geht der Headshot nicht rein Nee ist logisch bei ihm geht er rein Ruins Bitte Nice Komm Ja Nein man Das kann doch nicht wahr sein dass wir immer Runde für Runde abgeben Ah nee Hey Die Rocket Pop die ihr grad gesehen hattet Die hab ich auch bekommen Hey kommenn Du bist wie Elite Builds und sowas und alles Find ich auch nicht schlecht Mein Lieblings Nive wäre so ein Crimson Web Battlescout oder sowas wo nur die Klinge halt so frei ist und der Rest halt nicht Ja klar dann lass halt hinten push 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 Ja klar dann lass halt hinten push 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 Ja Ja Ach schön Und ja er hat ihn glaub ich auch gebeten Mate komm doch Ach 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 Was ist das? Bitte Er geht kurz Ja er geht planen Er ist planen Ich hab einfach... Naaah, ich weiß nicht was er so gut die Idee ist. Jetzt bist du gerade heute maler. Ja, ja, blende einfach. Am besten läuft der Ziel, die am meisten nicht vorgeblendet wurde. Ja, dann greifst du mich nicht, wenn du dich auf die Idee war, weh. Hehe, nice. Nice. Okay, okay, das war nice. Ich weiß nicht aus welchem Grund er jetzt genau, äh, A gehen wollte, aber... Aber ist okay. Ist okay. Komm, 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 komm. So, und auf geht's. Wie gesagt, wer irgendwie, äh, traden möchte, zu nem... Höheren Life, dafür die Sache haben will, oder auch die Sachen, und dafür... Na, auf Icemab oder sowas. Kannst dich ruhig bei mir melden. Ich trade da gerne. Ne, nachdem es angeboten ist, natürlich. Okay, ich weiß nicht, wie es angeboten ist, mein Name. Wow. Puscha ist mal durch. Du siehst, ähm... Du behind the car. One behind the car, one right. One behind. Ja. Hm? Ich hoffe, die werden jetzt richtig ungeduldig. Nein, es kann, ich hab... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was da dieser scheiß Orange gemacht hat, ja? Was dieser... Ne, ich weiß es nicht, was der gemacht hat. Der hat wahrscheinlich nichts gemacht. Gar nichts hat er gemacht. Bitte lasst es doch noch holen. 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 Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ach, wenn ihr euch die Tabelle noch mal rennziehen könnt. Ey, dieser wirklich dieser Last Gaming, ey, ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich habe doch nach unten gezogen, oder? Oder habe ich es nicht? Oder habe ich es nicht? Komm, lass ich nicht für Zeitkollege save dein Ding jetzt, oder nie, oder was weiß ich. Wer der fertig? Oder schmerzend? Wie? Ja, da mir fällt nichts. Es ist halt so logisch, dass die allerlei... bei Doppel Acker... Kranz... da... die übelsten... Fucker sind. Erohspiel. MPs. Komm an, Bjork. Mal spiel. Ich denke besser ist A, aber okay. Ich gehe erst. Ich gehe erst. Du hast den Radar geschlossen. Ja, logisch. 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 Ich weiß es nicht. Alter, ist er eigentlich auf meinen? Ja. Jetzt ist er auf mein Profil klicken, what the fuck. Okay, come on. Come on, come on, come on. Wie geht das Lied? Kimmel, 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 ja. Egal. Hör auf, geht's. Okay, jetzt ist er auch sehr cool. Rache A, Rache A, Rache A, Rache A, Rache A. Mit der Rocket Pop muss es doch reingehen, Mann. Jaaa. Please, don't throw anything, please. Und vorwärts. Come on, let's push, Green. Green, come on. You left, I look right, go. No. In the dark room, dark room. Orange, why you troll. No. Oh, that's not right. That's not right. No. 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 Komm schon, Leute, äh, nein, warum? Ich krieg gleich Krampf des Todes, Mann ey, es kann nie wahr sein. Oh, fuck off. Ja, los jetzt. Los jetzt. Jaaaa. Jaaaa. Haha, in the flash. Ja, ich hab's nicht mehr. Du hast den Wippo, wenn du willst. Jetzt drückt er den Headshot, man. Auf jeden Fall ist das eine Ab. Jetzt holt er mal die Runde hier. Ja, aber ja. Los jetzt. Wir hätten sie die halt richtig viel rausholen müssen, man. will so seit real so wahrscheinlich Feinlich. Nice. Schön. Gut. Very good. Nice. Und los. Dann stellen wir doch direkt das Keffler rein. Alter. Alter. Oben sieht man's bisschen. Oben an dem Abschuss. Guck doch, wenn ich jetzt rechts klicken würde und er so durch das Zoom und weg gucken würde, dort hat man's gesehen. Wenn's bisschen abgenutzt ist. Where did we go? Ach so. Auto Orb. Ja. Na logisch. Na logisch. Na logisch. Dann höre ich auch alle die Soris-Mädelmann. Das sind die einzigste. Alles klar wahrscheinlich haben alle, oder? Ähh. Ja, sehr gut. Na logisch. Los. Nein. Komm. Hau jetzt nochmal 3 Arschel raus. Mach den Tesercl auf jetzt. Mach den Tesercl auf jetzt. Mach den Tesercl auf jetzt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die wissen, wie sie's machen sollen. Oh ja, ob das jetzt geht. Mann, war das nervös. Auf jeden Fall, was, dann? 30 Fraks? Ja, 29, 20 ist okay, sag ich mal. Das Team war ein bisschen kackes. Die Gegner waren ein bisschen sehr stark. Aber ansonsten war das bestimmt, ähm, okay. Das mit, sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, an dieser Stelle und ihr immer noch am Zuschauen seid, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.